Jo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem speziellen Video auf meinem Channel. Heute werden wir mal die Buy First Guy Challenge gegen einen Abonnenten machen. Das ist die erste Buy First Guy Challenge auf meinem Channel überhaupt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewerten könntet. Dann wird sowas vielleicht auch öfters kommen. Der Abonnent, gegen den wir heute spielen, heißt Vincent Nauenburg. Den kenne ich auch von Facebook. Und gegen den werden wir heute ein Match bestreiten. Und dann würde ich sagen, labern wir nicht lange rum und beginnen gleich mal mit dem Keeper. Und da haben wir keinen geringeren als Vazic. Richtig, richtig kacke. Einen Bronze Torhüter im Tor. Das ist auf jeden Fall kein guter Start. Den haben wir uns jetzt gleich geholt. Und dann machen wir gleich mal direkt weiter mit dem Linksverteidiger. Und da haben wir Klischee. Das ist ein guter Mann, den müsste ich auch im Verein haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich den geholt habe. So Freunde, Klischee ist der Mannschaft beigetreten. Und dann kommen wir zum ersten Innenverteidiger. Und da hoffe ich jetzt auf einen guten Spieler. Und es wird Janka von Augsburg auf jeden Fall. Zumindest ein Silberspieler. 56 Pace sind natürlich nicht überragend. Aber den kann man auf jeden Fall mal einbauen. Und dann nehmen wir uns den nachher. Und dann kommen wir gleich mal zum Rechtsverteidiger. Denn wenn wir den Innenverteidiger machen, wird derselbe Spieler aufploppen. Und wir machen den Rechtsverteidiger in 3, 2, 1 und go. Und da bekommen wir Walker. Das ist ein richtig starker Mann. Sehr, sehr schnell. Richtig overpowered. Ein richtig guter Mann für die rechte Verteidigung. Und dann machen wir auch noch weiter mit dem zentral defensiven Spieler. Und da haben wir Matic. Auch ein richtig guter Spieler. Damit haben wir auch schon einen Link zwischen Walker und Matic. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die 3 Spieler mal. Und dann machen wir weiter mit dem Innenverteidiger. So Leute, die 3 Spieler sind jetzt auch dazu gestoßen. Im Moment sieht das Team gar nicht mal so schlecht aus. Leider haben wir einen Bronzekeeper im Tor. Aber sonst sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Alles Premier League Spieler, die Goldspieler. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter mit dem rechten Mittelfeld. Und da bekommen wir 3, 2, 1 und go. Und wir bekommen Isla. Auch kein schlechter Mann mit 83 Tempo. Den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und dann machen wir auch den zweiten Innenverteidiger. Und da bekommen wir. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aber 81 Tempo wieder aus der Premier League. Somit hat der, denke ich, schon fast volle Chemie. Das ist auf jeden Fall auch keine schlechte Sache. Walker dürfte dann auch volle Chemie haben. Das ist auf jeden Fall richtig gut gelaufen. Dann sehen wir uns, wenn wir die Spieler geholt haben. So, jetzt haben wir schon 5 Premier League Spieler. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auf Premier League eingestellt habe. Aber das ist nicht so. Hier steht ZOM und keine Liga. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal den ZOM in 3, 2, 1 und go. Und wir bekommen als ZOM wieder einen BPL-Spieler. Und zwar Siguarason, Siguarason. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall kein so schlechter Mann, aber auch nicht der Beste. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit dem ZDM. Und ich hoffe, es wird wieder ein Premier League Spiel. Obwohl es auch ein bisschen langweilig wäre. Aber dann hätten wir eine gute Chemie. Und es wird nicht DreamSport, sondern Transfermarkt-Suche. 3, 2, 1 und go. Und wir bekommen im ZDM Mutter auch kein schlechter Mann. Diesmal nicht aus der Premier League. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die beiden Spieler. Und dann kommen wir zum linken Mittelfeld und zum Stürmer. Und jetzt kommen wir zu den zwei letzten Positionen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem linken Mittelfeld. 3, 2, 1 und go. Und wir bekommen Nagatoma, ein richtig schneller Mann. Ein 88 Tempo, das ist auf jeden Fall eine gute Option. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum alles unentscheidenden letzten Spieler. Und zwar den Stürmer. Der kann ihm wirklich alles zerstören. Oder auch nicht, wenn er nicht gut ist. Und dann schauen wir mal, wen wir dort bekommen. 3, 2, 1 und boom. In Form Paloschi, ein In Form. Der erste In Form. Und somit auch der letzte. Kein schlechter Mann für den Sturm. 81 Shooting hatte der. Auf jeden Fall ist das Team nicht schlecht geworden. Wir haben sehr, sehr viele Goldspieler. Nur im Tor haben wir einen Bronze-Spieler und einen Silber-Spieler in der Innenverteidigung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir das Team vervollständigt haben. So Freunde, das Team ist jetzt vervollständigt. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben eigentlich eine gute Chemie. Hier haben wir ganz, ganz viele Premier League-Spieler. Die haben alle gute Links. Und vorne haben wir dann noch zwei Serie A-Spieler. Beziehungsweise im linken Mittelfeld. Und im Sturm einen In Form eben Paloschi. Der sieht auch nicht so schlecht aus. Viel Tempo haben wir hier in diesem Squad. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon rein starten. Und dann, zuvor will ich aber auch noch sagen, für alle, die gegen mich spielen wollen, sollten mal den Link in der Beschreibung abchecken. Zu Facebook, dort werde ich nämlich manchmal posten, falls ich hier irgendeinen Gegner suche, falls ich gegen einen Abonnenten spielen möchte. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und dann können wir auch schon ins Spiel starten gegen Vincent Nauenburg, gegen einen Abonnenten. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und los geht's. So Freunde, da ist auch schon beigetreten der Vincent Nauenburg. Wir spielen hier mit unseren Militär-Trikots und er mit seinen AS-ROM-Trikots. Und dann schauen wir uns gleich mal sein Squad an. Dann wollte ich euch noch sagen, heute gibt es wieder Live-Kommentary. Denn das ist gut bei euch angekommen letztens. Und deswegen machen wir heute weiter mit Live-Kommentary. Er hat auf jeden Fall kein schlechtes Team, ein gutes Hybrid. Das denke ich, war auch so ähnlich bei deinem Team mal. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch schon ins Game. Schön, Nagatomo paced sich jetzt einfach mal durch. Der hat das Tempo, wird aber dann abgedrängt. Es gibt aber einen Freistoß für uns. Und dann würde ich sagen, treten wir ihn gleich mal direkt. Und probieren hier einfach einmal etwas. Und Nagatomo tritt an. Und der war gar nicht mal so schlecht getreten. Nagatomo auf jeden Fall mal mit einem guten Freistoß. Uh, schöner Pass vom Gegner. Da muss unser Tor-Mann rauskommen. Der Bronze-Keeper kann den Ball parieren. Was für eine Parade. Im Stehen hält er den Ball. Und somit sichern wir uns das 0 zu 0. So, jetzt muss dann mal hier wer attackieren. Und das macht Walker richtig gut. Und dann fahren wir gleich mal den Konter ein. Über den Isländer. Spielt weiter auf den Italiener. Und der macht gar keinen Trick. Nein, er rennt einfach vorbei. Er rennt und rennt und rennt. Und kommt sogar an allen Spielern vorbei. Und schießt jetzt einfach mal. Aber der Ball geht drüber. Sehr, sehr schade. So, Freunde. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass wir mit dem Team irgendwas reißen können. Das ist irgendwie alles sehr, sehr defensiv. Und vorne haben wir keine richtigen Knüller. Aber deswegen stellen wir uns einfach mal auf Offensiv. Und hoffen, dass der jetzt mehr geht. Der Gegner kommt jetzt einmal mit Aguero durch. Und der sweated hier eiskalt rüber. Und macht das Tor. Das habe ich mir jetzt nicht erwartet. Sweaty Goal von Vincent Di Maria. Macht dann das Tor. Hat er nicht schlecht ausgespielt. Aber natürlich Sweaty Goal ist doch ein bisschen feig. Aber somit steht es jetzt 1 zu 0 für den Gegner. Schöner Ballgewinn von Isla. Isla spielt doch weiter, man. Das merkt man so. Das ist keine gescheite Chemie. Tor. Was war das für ein Tor? Oh mein Gott. Ich labere gerade irgendeinen Scheiß von. Man sieht, dass die keine gute Chemie haben. Und der gegnerische Tor. Man macht dann einen riesigen Patzer. Was war das denn für ein Fail? Der Ball war durch die Beine. Oh mein Gott. So etwas habe ich sowieso noch nie gesehen. Unser Stürmer macht hier den Ball einfach rein. Und der Tor. Man steht einfach nur und macht gar nichts. Und dann lasst er den Ball durch seine Beine rollen. Was war das für ein Tor auf jeden Fall? Richtig, richtig lustig. Und somit steht es auch wieder. 1 zu 1. Oh, Tevez kommt hier durch. Tevez, den müssen wir stoppen. Sehr gut gestoppt von unserem Innenverteidiger. Und dann muss es ganz, ganz schnell gehen. Aber das dauert mir hier alles so lange. Die rücken gar nicht richtig nach. Ihr seht es eh selber. Aber der Pass auf Balocci. Der kommt wunderbar. Und jetzt haut er den Ball einfach mal rein. Und das macht er ganz, ganz sicher. 2 zu 1. Schön gespielt, obwohl wir mit sehr wenigen Spielern vorne waren. Machen wir im Konter das 2 zu 1. Oh, schöner Pass auf Aguir. Und den muss er eigentlich machen. Und er macht ihn zum Glück nicht. Der schießt den Ball über die Querlatte. So Freunde, Halbzeit. Und es steht 2 zu 1 für uns. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Der Gegner spielt auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Aber mit unserem Team ist es richtig, richtig schwer zu spielen. Denn der Stürmer vorne drinnen kann nicht wirklich was. Hat aber trotzdem schon zwei Tore gemacht. Hier seht ihr es. Ziemlich ausgeglichen. Mit ein bisschen mehr Glück für uns. Und wie gesagt, sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Oh, was für ein Pass von unserem Innenverteidiger. Ich glaube, das war sogar der Silberspiel. Er hätte es schön gemacht. Das war jetzt eine schöne Situation. Und den macht er jetzt nicht rein. Ich muss da einfach schießen. Denn sonst hätte ich nicht viel machen können. Und jetzt kommen wir gleich mal zum Eckball im Anschluss. Und den will der Torwart schießen. Darf er aber nicht. Und es wird Paloshi machen. Unser Stürmer flankt den Ball in die Mitte. Und den hat der Tormann. So, schönes Dreieckspiel über Nagatomo. Nagatomo rennt nochmal die Seite entlang. Spiel jetzt nochmal rein. Und das wird ein Distanzschuss. Und der geht. Oh mein Gott. An die Querlatte. An das Lattenkreuz. Hübscher Ball hier. Was für ein Distanzschuss von Paloshi. Das hat er auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Oh, schön gespielt. Und Aguero allein vom Tor. Und dem lässt er sich natürlich nicht entgehen. Somit steht es hier wieder 2 zu 2. Hat er auf jeden Fall nicht schlecht zu Ende gespielt. Und Aguero mit der Nummer 9. Macht dann auch schon den Ausgleich. Schöner Ball gewinnt von Nagatomo. Spielt weiter auf Paloshi. Der nimmt sich den Ball wieder nicht gut mit. Das regt mich richtig, richtig auf. Die Chemie. Die spürt man schon, dass die nicht hoch ist. So, jetzt mal schön gespielt. Spielt weiter auf den hier. Und der spielt jetzt nochmal rein. Spielt ihn rein. Ja, schön gespielt. Paloshi allein vom Tor. Aus Außennetz. Oh mein Gott. Was für eine Chance in der 87. Minute. Das hätte auf jeden Fall das Tor sein müssen. So Freunde. Die 89. Minute läuft. Und wir müssen jetzt ernsthaft das Tor machen. Uh, der Gegner kommt jetzt mit Aguero. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, unser Bronze Keeper hält den Ball wunderbar. Und dann schießt er den auch noch weg. Was für eine Parade von unserem Bronze Keeper. Bleibt hier einfach stehen. Weil er gar keine Reflexe hat wahrscheinlich. Und ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig wichtig. Und jetzt haben wir hier Paloshi. Der geht hier wirklich mal durch. Jetzt hat er das Pace. Jetzt zeigt er es plötzlich. Und dann finesse er den hier rein. Oder auch nicht. Den hat der Tormann auf jeden Fall sehr, sehr sicher gehalten. So Freunde. Die Partie ist jetzt aus. Das Spiel endet 2 zu 2. Und ich denke, wir beide können damit gut leben. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr ausgeglichene Partie. Das können wir hier anhand der Statistik auch nochmal sehen. Paloshi ist daneben der Man of the Magic. Und ich würde mir jetzt gerne die Statistik ansehen. Und da können wir es auch schon sehen. Es war ziemlich ausgeglichen. Wir haben ein bisschen Vorteile. Gab es dann doch für mich. Aber es endet 2 zu 2. Er hat auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Grüße an dich, Vincent. Du hast auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Episode. Falls ihr auch mal gegen mich spielen wollt, schaut bei Facebook vorbei. Lasst auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Falls ihr mehr bei für Sky Challenges sehen wollt. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und ich sage wie immer, tschau Leute. Be Foul Stars.